Das Update 17.2 ist erschienen in The Division 2, jedoch haben sich die Entwickler nicht wirklich Freunde gemacht mit einer Änderung im Spiel. Welche Änderung das ist? Alles in diesem Video. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Giles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in The Division 2. Heute geht es um eine Änderung, die leider nicht in den Patch Notes steht. Das heißt, sie haben hier etwas verändert und die Community ist selbst drauf gekommen. Ich wurde auch in etlichen Kommentaren darauf hingewiesen und habe es auch gestern in meinem Livestream getestet und es ist tatsächlich so. Bevor ich jedoch zu diesem XP Nerf komme, ein kurzer Hinweis, ich habe heute in der frühen Video released, das seht euch an, unbedingt ansehen. Und ich gebe euch einen Tipp, join meinem Discord Server. Ihr werdet, denke ich mal, Leute brauchen. Ja, also Discord joinen, egal welche Plattform, es ist für PC, Konsole, also Playstation und Xbox. Ja, da könnt ihr dann Leute suchen. Jetzt aber, was ist passiert? Sie haben und zwar die Ressourcen-Convois genervt. Also hier die XP. Ich werde schnell einen spielen, damit wir die aktuelle Zahl sehen. Ja, also wir sehen uns in zwei Sekunden wieder. So, somit ist der Ressourcen-Convoi erledigt und wir nehmen ihn dem mal auf. Also wir schauen links oben, wie viel EP bekommen wir und wir bekommen 293.160. Und das bei heroisch und vier Direktiven. Ich schaue jetzt gerade hier auf meinen anderen Monitor, hier hatte ich 586.320. Den Wert hatte ich noch vor zwei Wochen. Da habe ich für das Event gefarmt. Das heißt also, wir haben hier eine XP-Anpassung bekommen an die anderen Sachen. Denn auch diese anderen Sachen geben, wie man sieht, 293.160. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich davor sitze. Nein, man sieht es hier oben. Das heißt hier, man sieht hier auch ganz genau, dass die jetzt verändert wurden. Die geben also nicht mehr, mehr EP. Ja, also die Ressourcen-Convois-Farmen wird immer noch die schnellste Möglichkeit sein, denke ich. Aber sie ist halt nicht mehr so ertragreich wie früher. Es wurde schon einmal gesagt vor längerer Zeit, dass sie es irgendwann mal anpassen werden. Also das, was ich halt mies finde, wieder mal ist, dass sie es wieder mal geheim machen und wieder mal sich denken, die kommen eh nicht drauf. Ja doch, wir kommen schon drauf. Weil wir wissen ja, wie viel wir bekommen sollten. Wir wissen, wenn wir EP-Farmen, wo sollte ich was bekommen. Ich meine, wir sind nicht dumm, Massive. Also das nächste Mal, schreibt das gefälligst wieder rein. Das ist das, was ich immer sage. Wenn ihr sowas ändert, schreibt den Mist einfach rein. Das ist ja nicht so schwer. Eine Leiste. Ich meine, ich habe die Patch-Notes hier offen. Also hier habt ihr die ganzen Patch-Notes drinnen, in euren eigenen Launcher. Ja? Und hier steht nichts davon. Okay? Also ihr müsst jetzt das nur hier reinschreiben. Und da steht nichts mit Anpassung. Ja? Also die Leute sind halt verärgert. Ja? Weil es wirkt halt wieder so, als würde ich das heimlich machen. Hättet ihr jetzt reingeschrieben, dann ist so das Ergebnis dasselbe. Aber man könnte sagen, naja, okay, es steht eh drinnen. Ja, okay, jetzt haben sie es halt endlich mal gemacht, weil es ist, ja, ihr habt es halt angepasst an die anderen Sachen. Aber so ist es wieder nur so ein Geheimding, ja? Und alle sind pissig. Ja? Also gewöhnt euch das wirklich ab. Wenn ihr sowas macht, schreibt es rein und fertig. Hm. So. Somit. Ich hoffe trotzdem, dieses Video hat gefallen. Ja? Nochmal Erinnerung an das andere Video. Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. So. Video fertig. Sehr cool. Sehr gut. Der kann nix. Charles kann nix. Das alles muss ich selber machen. Hier. Zwei Videos. Ja? Zum Anschauen. Klicken. Und da unten. Abo. Do it. Do it. Und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Für die Benachrichtigungen.